Spannungsdehnungsberechnungen für Stahlbetonquerschnitte Das Modul RC6 berechnet Beton- und Stahlspannungen sowie Dehnungen für beliebige Stahlbetonquerschnitte. Als Berechnungsgrundlage dient ein Modell, das den üblichen Grundsätzen entspricht. Weder für die Eingabe des statischen Systems noch der Lasten müssen besondere Punkte für die Spannungsdehnungsberechnung beachtet werden. Nach der Berechnung legen wir die zu berücksichtigende Bewährung fest. Die einzelnen Bewährungsstäbe können wir beliebig innerhalb der gewählten Betonüberdeckung platzieren und entlang einer Linie, einem Kreis oder einzeln absetzen. Die vorgeschlagenen Durchmesser entsprechen den landesüblichen Werten, abhängig von der gewählten Norm. Wir können aber auch beliebige Werte eingeben. Die Bewährungsdefinition kann entweder, wie hier gezeigt, als eigenständige Operation oder als Teil des Stützennachweises oder der Trägerbemessung erfolgen. Die grafischen Ergebnisse beinhalten den Querschnitt, die Dehnung über den gesamten Querschnitt und die Beton- und Stahlspannungen. Numerische Ergebnisse finden wir im Info-Fenster. Sie umfassen die Schnittkräfte, die aus den Spannungen zurückgerechneten Schnittkräfte inklusive der Differenz zur berechneten Einwirkung, die Dehnung im Schwerpunkt und die Krümmung um beide Querschnittsachsen und die Druckzonenhöhe und statische Höhe des Querschnitts. Als Vorgabe wird ein Querschnitt in Stabmitte betrachtet. Die Auswertung kann aber für eine beliebige Position entlang des gewählten Linienelements erfolgen. Die Grafik kann dabei sowohl mit gedrehtem Spannungsdehnungsdiagrammen als auch mit gedrehtem Querschnitt dargestellt werden. Die eigentliche Auswertung erfolgt für einen gewählten Lastfall, Lastkombination oder auch für einen Grenzwert. Manuell definierte Lastkombinationen können beispielsweise für Ermüdungsnachweise verwendet werden. Dazu benötigen wir die minimale und maximale Stahlspannung. Die Grafik zeigt auch sehr deutlich, ob und welche Bewährungsstäbe fliessen. Die Auswertung von Grenzwerten können wir unter anderem für den Nachweis der Stahlspannungen verwenden. Dabei wählen wir in den Einstellungen, ob wir die maximale Betondruckspannung, Stahldruck oder Zugspannung betrachten möchten. Im gleichen Dialog können wir auch Beton- und Stahlsorte gegenüber dem Modell ändern, um nicht bei jeder Anpassung eine neue Berechnung durchführen zu müssen. Das Spannungsdehnungsverhalten des Betons können wir nach verschiedenen vordefinierten Schemen wählen oder manuell selbst definieren. Über die Auswahl der zu berücksichtigenden Schnittkräfte können wir beispielsweise Biegung um die vertikale Achse ausschliessen, um einachsige Biegung mit Normalkraft zu erzwingen. Die Tabellenansicht zeigt uns die gleichen Ergebnisse auch numerisch für alle maßgebenden Lastkombinationen. Auch hier erhalten wir die Spannungen und Dehnungen für den Beton und die Bewährung. In einer zweiten Tabelle haben wir zudem die Möglichkeit, zusätzliche Bemessungsschnittgrössen einzugeben und zu berechnen. Die Spannungsdehnungsberechnung steht uns nicht nur für die lineare statische Berechnung zur Verfügung. Wir können mit dem gleichen Vorgehen auch nicht-lineare Ergebnisse auswerten. Falls bei der nicht-linearen Berechnung alle Lastinkremente gespeichert werden, können diese selbstverständlich einzeln ausgewählt werden. Das gleiche gilt für die Ergebnisse einer Zeitverlaufsberechnung, für die wir die Spannungsdehnungsergebnisse für jeden berechneten Zeitschritt anzeigen können. Gerne beraten wir Sie auch persönlich, nehmen Sie mit uns Kontakt auf und erfahren Sie mehr.